Das ist das Kaff, in dem wir alle geboren und getaucht sind. Am falschen Ort geboren, zur falschen Zeit geboren. Wir sind alle beschädigte Ware. Du kennst doch unser altes Haus, oder? Da können wir einziehen. Aber nicht allein. Wer keinen Abwasch macht, kommt mit Foto aufs Plakat. Sag mal, kannst du eigentlich auch was anderes spielen? Wir sind frei. Du bist frei und ich bin frei. Und deswegen spiele ich, was ich will. Der Knoblauch aus ist in der Reiner da. Fünf Knollen, wie bei dir. Fünf Zehn. Ist doch quasi dasselbe. Hier springen die Verrückten manchmal vor die Züge. Pin legen, Augen zu. Bang! Bye-bye. Frieda ist die reiste Zeitbombe. Ich bin Jack. I'm Shag. Das gehört dazu. Wozu? Wenn man Depressionen hat. Das ist Pauline. Sie kann ja auf den Heuboden. Brandstifterin im Heu. Ach, jetzt ist sie für den Rest ihres Lebens der Brandstifterin. Wahrscheinlichkeitsrechnung. Und ich bin für den Rest meines Lebens ein Selbstmütter. Ich finde es gut, dass ihr euch alle so kümmert. Der Frieda war schon immer speziell. Diese sollte sich ausgerechnet heute umbringen. Weil er heute morgen glücklich war. Misch dich nicht in mein Leben ein, okay? Dann lass mich nicht dabei zugucken, wie du dich ins Jenseits verfrachtest, okay? Klopf los! Wäre es okay, wenn du heute mal bei dir schlafen würdest? Mach doch mal was, du! Das kann schon die ersten beschweren. Das Ganze ist schneller vorbei, als ihr gucken könnt. Wenn ich es nochmal mache, dann kannst du nichts erfüllen. Man, kapierst du eigentlich, dass wir uns Sorgen machen? Da! Da ist die Angst! Bang! Die Einsamkeit! Du kannst dich doch nicht laufen lassen! Frieda! Und wir hätten alle tot sein können! Ich habe einfach keine Angst mehr. Schau, was ist das? Hat Höppner gemacht? Also hat es heute gekocht selber, ja? Ich habe ihn ja, ja, ja! Ich habe glaubtcake donné, wo's this? Ja, ja. Das ist dein Leben! Untertitelung des ZDF, 2020